Neben funktionalen Gewohnheiten ist es auch sinnvoll Prioritäten zu setzen. Anhand von vielen Kriterien geht es relativ leicht. Im ersten Schritt schaust du dir an, wann die Aufgabe erledigt werden muss, d.h. wann die Prüfung stattfindet. Im zweiten Schritt, wie viel Aufwand benötige ich, um die Prüfung zu bestehen. Im dritten Schritt, wie wichtig ist es überhaupt, d.h. ist es ein freies Wahlfach oder ein Pflichtfach. Und im vierten Schritt, wie auch ist mein eigenes Interesse, wie sehr reizt mich das Thema persönlich. Für dein Zeitmanagement ist es sehr hilfreich, wenn du dir einen Wochenplan erstellst. In diesem Wochenplan trägst du dir im ersten Schritt alle Tätigkeiten ein, die täglich anfallen, wie z.B. Einkaufen gehen, Zähne putzen etc. So könnte jetzt dein Wochenplan ausschauen, in dem du alles eingetragen hast mit all deinen Routinen, Gewohnheiten und Verabredungen. Um die optimale Zeit für deine Lernphasen herauszufinden, ist es hilfreich, die Leistungskurve auszufüllen. Die Leistungskurve kann dir eben dabei helfen, genau zu wissen, wann du in deinem Wochenplan deine Lernzeiten einträgst. Hier siehst du ein Beispiel für eine Leistungskurve. Die Person, die diese Leistungskurve ausgefüllt hat, ist vor allem vormittags und spätnachmittags abends leistungsfähig und hat beispielsweise jetzt mittags ein Leistungsloch. Hier siehst du jetzt, wie man die Leistungskurve auf den Wochenplan ummünzen kann. Vormittags hat unsere Person ein Leistungshoch, dann ein kleines Leistungstief während der Mittagszeit, danach wieder ein Leistungshoch und gegen abends schwillt die Kurve der Leistung wieder langsam ab. Damit du dich selber in deiner leistungsfähigen Zeit nicht durchgehend unter Druck setzt, ist es sehr hilfreich, die 60-40-Regel anzuwenden. Das heißt, von der leistungsfähigen Zeit nimmst du nur 60 Prozent, die du dir einplanst für geplante Sachen und 40 Prozent bleiben dabei als Puffer übrig. Gemeinsam haben wir uns jetzt die Leistungskurve angeschaut und du siehst, ab und zu gibt es einfach Zeiten, da ist man nicht so leistungsfähig. Aber es kann auch passieren, dass du in leistungsfähigen Zeiten ein Tief hast. Hier würde ich dir dann auch empfehlen, nimm Abstand davon, mach eine Pause und zwing dich nicht dazu, sondern akzeptiere deinen Tief und mach dann wieder weiter, wenn du dich bereit fühlst. Um aus den Tiefs wieder rauszukommen, sind Pausen natürlich ein hilfreiches Mittel. Im ersten Moment wirst du jetzt daran denken, genug Schlaf, Essen, Trinken etc. Ja, das ist auch wichtig. Aber ebenso wichtig ist auch die Befriedigung der psychologischen Bedürfnisse. Das heißt, schau in den Pausen auch, dass du mal wieder etwas tust, was du gerne machst, was dir taugt. Dass du wieder auf dich schaust, was du machen willst. Für dich ist es besonders effektiv, wenn du auch die Pausen und Pufferzeiten in deinen Wochenplan einträgst. Hier siehst du ein Beispiel dafür. Hier siehst du die Lernzeiten, Langpausen und Pufferzeiten und auch kürzere Lernzeiten eingetragen. Neben kurzen Pausen während dem Lernen mal kurz aufstehen, sich bewegen und weiter lernen, gibt es auch längere Pausen. Die haben auch unterschiedliche Wirkungen. Möchtest du zum Beispiel mal den Kopf wieder abschalten, gehen den Wald spazieren oder für die physische Regeneration einfach mal wieder ausschlafen oder auch ganz wichtig, die psychologische Komponente. Schau, dass du dir vielleicht neben Genussmomenten, dass du dir was zum Essen machst, was Leckeres oder mit Freunden essen gehst, auch vielleicht eine zusätzliche Herausforderung während der Lernphase schaffst. Dass du ein gewisses Laufziel vielleicht erreichen möchtest oder einen Berg besteigen. Im Laufe der Lernzeit wird die Beanspruchung immer größer. Das heißt, deine Konzentrationsfähigkeit sinkt und die Müdigkeit steigt. Deswegen ist Erholung hier sehr, sehr wichtig. Es wird deswegen empfohlen, von 100 Minuten Arbeitszeit 90 Minuten für die Arbeit zu verwenden und eben auf diese 10 Minuten zu achten, dass man sich hier auch wieder erholt. Um genug Energie in der Lernphase zu haben, ist es hilfreich zu wissen, was er im Energie gibt und was er im Energie raubt. Deswegen siehst du hier eine Übung, die dich dabei unterstützen soll, dass du in unterschiedlichen Bereichen schauen kannst, was dir Energie gibt oder nimmt. Zum Beispiel in Freundschaften, Partnerschaften, bei dir selbst, weil für dich persönlich, was gibt dir Energie, wenn du was machst. In der Freizeit, im Studium, im Beruf oder in der Herkunftsfamilie. Ein Energiegeber für dich könnte sein, dass du selber deinen Fortschritt visualisierst. Das heißt, du legst auf einen Stapel die unerledigten Sachen und immer, wenn du etwas erledigt hast, legst du es auf deine erledigten Sachen. Das ist die analoge Vorgehensweise. Digital funktioniert das Ganze natürlich auch. Du legst dir einfach einen Ordner an mit erledigten Aufgaben an deinem Desktop und schiebst dann immer die Sachen da rein, wenn du etwas erledigt hast. Ein weiterer Energiegeber kann auch ein attraktiver Arbeitsplatz sein. Das heißt, ein aufgeräumter Arbeitsplatz, wo du genau weißt, wo was liegt und wo du dich wohlfühlst. Wenn du dir noch zusätzliche Energie holen möchtest, dann lade deine Freunde doch zum gemeinsamen Lernen ein, sogenannten Coworking. Dann lernt ihr gemeinsam jeder unterschiedlich an seiner Sache oder auch gemeinsam am gleichen Ziel und ihr könnt euch über euren Fortschritt austauschen und gemeinsam die Pausen verbringen. Ein gutes Zeitmanagement zeichnet sich aus, dass du deine Gewohnheiten kennst, einen Wochenplan erstellst, deine Pausen richtig gestaltest und Prioritäten setzt. Schau dabei auch immer, dass du eine individuelle Lösung für dich findest.